Spannend! Spannend! Hallo und schön, dass ihr wieder da seid. Wie gesagt, ich lasse das hier größtmöglich unkommentiert, weil ich zum einen nicht wirklich sagen soll, was ich euch jetzt darüber erzählen soll, außer dass ich die Landschaft und die Musik und auch die Stimme des Erzählers sehr, sehr gut finde. Aber schauen wir mal, was es noch so zu entdecken gibt hier. Schaut aus wie die Kohlenstoffverbindung. Musik 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 Wow Das war die Chemikal-Diagrams auf dem Mug. Er gab mir die Koffie, an der Handel, wo erhört. Er war für eine Pharmaceutical-Kompanie mit einem Office auf den Outskirts des Wolverhampton. Er war nachher von einem Konferenz-Konferenz in Exeter, um eine Strategie-Vision für die Peddlinge von Antacid-Yoghurt auf die Europäische Markt. Er war die Koffie, um die Koffie zu sehen, um die Koffie zu sehen. Er war die Koffie, um die Koffie zu sehen, um die Koffie zu sehen. Von hier kann ich meine Armada sehen. Ich habe alle die Letters, die ich mir gedacht habe, Ich habe mich nicht mehr als ich, wenn ich es zu der Mainland gebracht habe, aber ich habe es in der Bühne genommen, und ich habe sie in der Bühne genommen. Und ich habe sie in der Lost Beach gespürt. Dann habe ich alle und alle, und ich habe sie in den Böden. Ich habe sie in den Kreese gespürt. Und dann, als der Sonne war, ich sette die Fläche aufsäil. Ich habe sie in 21 Stück gespürt. Ich habe sie in den Atlantik gespürt. Und ich habe sie hier, bis ich alle, sinken. Haben wir und jemand anders vielleicht hier Schiffbruch erlitten? Auf so einer kleinen, verlassenen Insel, wo es nichts gibt? Und ich denke, wir sollen zu dieser Antenne vielleicht. Aber zuallererst schauen wir uns doch nochmal hier um. Okay, aus dem Nichts heraus... Was ist das Eier? Aus dem Nichts heraus kam Licht und er fiel quasi durch dieses Loch. Durch das wir wahrscheinlich auch gefallen sind da in der Höhle. Ja, und das sind unsere Briefe. Wahrscheinlich haben wir daheim eine Ester sitzen. Ja, und wir schreiben hier halt, um uns noch ein bisschen abzulenken. Vielleicht. Der kann auch vollkommen falsch liegen. Der kann auch vollkommen falsch liegen. Und jetzt fühle ich mich. Die Irlande, um mir herum, hat sich zurückgezogen. Die Irlande, um mir herum, hat sich zurückgezogen. Während die Moon, hat sich in meine Palme zu stecken. Ich kann sehen, dass ich eine dicke, black line von Infection, für mein Herz, von der waistbande von meinen Träumen. Durch die Fugge. Es ist überall der Welt, wie der Weg, den ich aus den Lowlands kümmern habe, um die Arial. Wenn wir jetzt zum ersten Mal irgendjemanden auf dieser Insel sehen, kann das sein? Sollte das sein? Oder sind es langsam Hirngespinste? Ich habe meine Reise in einem Schilder-Bot mit einem Schilder-Bot. Ich werde auf dem Mond in es. Ich habe eine Schilder-Bot in der Zeit, eine Schilder-Bot in der Welt. Jetzt hast du auf der anderen Seite von der Schilder-Bot zu mir. Ich kann deine Tränen in der Insel, die durch die Fieber-Bot aufzunehmen. Die Puppet-Vegetation. Wenn wir waterlogged werden und die Kälte disintegriert, werden wir interminglen. Wenn dieses Papier-Aeroplane den Cliff-Edge und parallel Vaportrails in der Nacht schafft, werden wir zusammenkommen. Er hat mit seiner Reise weitergemacht. Könnte das ein Ask sagen? Keine Ahnung. Näher kommen. Er hatte nichts zu essen und zu trinken. Wie ich bin. Wie ich bin. Er wurde sein Syphilis. Er hat sich in den Börsen-Synäpsen, die Stöhnen, die Infection. Er ist nicht mehr als Knall aus, wie einen Hütenden, als ein Hütten. Er wurde in den Warten. Er wurde in den Hüter gelegt. Er ist wie ein Stöhnen, wie ein und memoirer gelegentlicher und gleicher von der Witte, unter einem Bestimmten Umherz Unter einem Wumpen, wie ein Schaltesbrückesmerkmalungser. Wir drehen, unterscheiden, die Erlöserbeine, diese Frankreichwächer. Ich werde Flugzeuge nehmen. Ich werde Flugzeuge nehmen. Fragen über Fragen. Oh, da wenn er ausrutscht, ist es vorbei. Aber es ist halt wunderschön. Es war nicht so gut, Hester. Er war nicht so gut, und es war nicht seine Schuld. Es war die Flüge der Flüge, die ihn verletzten. Das ist nicht eine gewaltige Situation. Die Flüge fliehen nicht so hoch über die Motorradfahrt und ihn zu schwerfen. Die Flüge fliegt von seinem Auto in Flüge, wie eine Infection, die direkt für den Herz schlafen. Von Rhein. Ich habe keine Platz zu verlassen. Ich werde diese Körper abziehen und zurück nach dem Meer. Herr, ich habe meine Lieblings-Büren geöffnet. Ich habe meine Lieblings-Büren geöffnet. Ich habe meine Lieblings-Büren geöffnet. Ich werde meine Schrift auf diese Eierland geschrieben. Wer war Jakobsen? Wer erinnert? Donnelly hat ihn geschrieben. Aber wer war Donnelly? Wer er erinnert? Ich habe schildert, 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 in diesem Raum alles, was ich von ihm kann. Es gibt noch einen zu diesen Shores erinnert mich. Ich werde aus dem Meer, wie eine Ereignisse, kommen zusammen wie eine Stone, wie ein Arial, ein Beacon, dass sie dich nicht vergessen werden. Wir sind immer hier immer. Einen Tag werden die Gulls zurückgekommen und nennen in unseren Kuchen und in unserer Geschichte. Ich schaue zu meiner Seite und sehe Esther Donnelly vor mir vor mir. Ich schaue zu meiner Seite und sehe Paul Jakobsen vor mir vor mir. Sie lassen schwarze Linien in die Luft um die Hauptstadt zu erreichen, wo Hilfe wird gefordert. Also doch so, wie ich mir das gedacht habe. das waren unsere letzten Wege, um unser Leiden oder unser Dasein zu beenden. Ich schaue mich. Ich schaue mich. Ich schaue mich. Ich zeige mich. Ich bin einитель! Ich bin einstrengend zu einsortisme, ich bin ein episodes Allez-Gespärte roy ोlett! ch h 이런! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Das waren quasi die letzten Schritte oder der letzte Aufstieg Bevor man, sag ich mal, ein Ende gesetzt hat Wieso wir jetzt auf dieser Insel gelandet sind, habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden Aber so wie es aussieht, ist es irgendwie mit Shift Pro oder irgendwas gewesen Oder vielleicht liege ich auch falsch, vielleicht klärt ihr mich einfach in den Kommentaren auf Vielleicht wisst ihr, könnte ja sein Und Wunderschöne Musik, Grafik, wunderbar Und ja, ich lasse das jetzt hier noch zu Ende laufen Den Abspann Und wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr Anmerkungen zu dem Spiel habt Gerne in den Kommentaren Ansonsten, ja, bin ich raus Bis zum nächsten Mal Ciao 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 gels